So Herrschaften, ich bin wieder da und in der letzten Runde hat es mich hier nicht so richtig gut hinterlassen. Wahrscheinlich lag ich da als kleines, kruscheltes, schwarzes Häuflein Asche auf dem Boden. Das möchte ich in diesem Durchgang mal doch lieber vermeiden. Und klar ist, dass man hier auf jeden Fall irgendwas machen muss. So, und das, erst mal sack ich das ein. So, was ich letztes Mal schon gesehen habe, ist, dass hier ein Totenschädel noch aus der Wand gekommen ist. Genau, da bin ich ein paar Mal dran vorbeigerannt. Ach guck mal, hier kann ich auch was drauflegen. Lege ich den da drauf? Ah, look at this. Look at this. Gut, gut, gut. Ah, da kann ich mich wieder bewaffnen. Ich muss mal weiterschleichen. Schleise, leise. Vielleicht ist Dr. Jones da. Und wenn Dr. Jones... Dr. Jones! Naja, hier. Ich habe ein bisschen Schrott für euch. Oh, oh. Da habe ich ja ein besseres Gerät für. Bestie. Rauch, du Bestie! Bestie. Starr, sagst du was. Na? Uhuhu. Wer ist hier die Bestie? Ich, ne? Ja. Oh, verdammt mich. Baseballschläger. Ein brennender Baseballschläger. Töte mich, bitte. Joa, habe ich erledigt. Habe ich gerne gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Jeder bekommt ein Stück. Ach, hier. Holst euch erst die Finger. Jawohl, euer Mann ist jetzt krachen. Ah. Dann doch lieber die hier. Au. Scheiße. Wenn die sich bewegen, kriege ich sie nicht. Mist. Spreng es. Herzlichen Glückwunsch. Was fail ich denn hier schon wieder so rum? Scharfschutzmunition? Wieso blinkt das so hektisch? Es war eine Spezialerlieferung. Ah. Granate fliegt. Es ist nach rechts. Ja, jetzt aber Schluss mit Granatenfliegereien hier. Mr. Prodigy. Gebt mir euer Hab und Gut. Hier von dem Typ noch was. So. Jetzt habe ich alles. Was ist das? Pulle Bier. Rinn damit. Oh. Es schummelt. Auf die Seiten achten. Das ist zu spät gewesen. Die Seiten waren schon, äh. Wir sehen es. Waren schon von mir tatsächlich, äh. Übernommen worden. Wir sind Legion. Wo kommt er her? Wo ist er? Wo braucht ihr meine Hilfe? Hier unten. Slerm. So. Türklingel nicht gesehen. Wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter? Ah. Oh. Okay. Das ist ja schön. Oh, was? Ist das Ding leer? Gibt's doch nicht. Oder überhitzt. Leer oder überhitzt? Ach so, warte mal. Da oben ist eine Anzeige. Okay. Dann war die wohl quasi überhitzt. Was ist denn jetzt? Tja, das war's schon. Hat Spaß gemacht. Dann wäre ja dieser Zugang auch jetzt mal frei. Da könnte ich mich jetzt mal noch schön fortbewegen. Und mal endlich Schluss mit diesen Scorcher machen. Ammo. Oh. Gleich wird's ernst. Speichere deinen Kampffortschritt. Okay. Äh, auswählen. Ja, die Stelle können wir mal speichern annehmen. Gut. Puh. Sonne ist immer noch nicht untergegangen. Oh. Entgegen oder was? Dann haben sie uns sicherlich nicht umsonst... Ach, die Tür ist zugegangen. War super. So, wo ist die Schwachstelle? Oh, jetzt muss ich mir vielleicht doch mal die, ähm... ...diese Bandagen auf, äh... ...auf das Q legen. Mach überhaupt gar keinen Schaden, oder? Ich seh grad noch nicht, wo die Schwachstelle sein könnte. Überhaupt schon irgendwas passiert? Oh, jetzt hab ich davon nur noch zwei. Äh, eins nur noch. Verdammt. Oh, Vorsicht. Oh, das ist ja... ...ein Gesicht. Unweiner, ein Unweiner. Unweiner. Scheiße. Komm ich denn dem Typen bei? So. Malöchen. Oh, Mann. Oh, hier. Oh, ah. Oh, Schitte, Schitte, Schitte. Geht's gar nicht so gut. Aua. Nimmt das Ding denn überhaupt irgendeinen Schaden? Stecken. Verstecken. Oh, jetzt geht's wieder. Gibt nicht so viel Schadens. Ich hab gar nicht so viel, äh, Ammo von dem Kram. Dass ich das, äh, runterkriegen könnte. Und zum Henker ist die Schwachstelle. Da. Kann man das abbomben? Au, 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 au. Nur ein bisschen Schaden kriegt das Teil ja. Aber ich hab einfach nicht genug davon. Hm, verdammt. Oh, äh. Ich hab' ich da gleich auch noch runter. Das hier. Auf. Okay. Aua. Aua. Ah, mit dem kann ich ein bisschen besser umgehen. Da weiß ich. Ich glaub, das bringt gar nichts. Oh. Ist ein anderer Typ dahin? Ja. Da kommt er. Oh. Wie glaub ich noch davon? Fünf. Das reicht doch nie und nimmer. Au, guck mal. Uh, schnell verstecken. Nachladen. Und da ist denn noch ein Aua. Verdammt. So. Einen einzigen hab' ich noch. Das war's. Ne. Ach, guck mal. Hä, was? Ich hab' jetzt nicht richtig gerafft. Noch ein paar hab' ich dann wohl noch. Ah. Jetzt sind wir da rot langsam. Wir sehen es. Scheiße. Warum geht der nicht down? Weiter. Möden wird's mich nicht. Ach, jetzt kommen die von der anderen Seite oder was? Oh, jetzt hab' ich nichts mehr. Shit. Baba, baba, baba. All die Tantacke. Wo sind sie denn, die Penner? Da. Aua. Au, au. Gleich reißt es mich. Gleich reißt es mich. Auweia, weia. Auweia, auwe. Ich hab' schon komischen Sound. Au. Scheiße. Und. Puh. Scheiße. Puh. Erholen erstmal. Haben die Jungs noch was dabei für mich? Das war echt haarig, ey. Extremst knapp. Puh. Oh, jetzt hier noch eben runterfallen. Eben runterfailen. So, und jetzt wär' die Frage natürlich, wo geht's weiter? Ich hab' meinen, äh, Granatlauncher leer gemacht. Und, oder? Hab' ich da noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der ist alle. Das ist immer noch so, äh. Ah, hier. Puh. Was ist das hier? Da ist es. Oh, gut. Lecker in der Rang. Wir sehen es. Würdet ihr mich kriegen? Ich würde lecker schmecken. Euch werde ich leider niemals essen. Ihr seid hässlich und doof. Erst sagen sie, ich bin unrein. Und dann wollen sie mich essen, oder was? In bestimmten Religionen läuft die Sache doch mal so. Ah, hier haben wir wieder Ammo. Dass Schweine auch für unrein, äh, befunden werden. Und die deshalb nicht gegessen werden. Also, warum wollt ihr mich essen, Freunde? Ich sag immer, Freunde, das geht doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht sagen. So, und jetzt, äh, verpassen. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, das ist der Endkampf, äh, dieser, dieser Sequenz tatsächlich. Was ich nämlich, äh, noch gar nicht verraten habe, ist, dass das hier nämlich, äh, das DLC ist. Ah, hier kommt er wieder. Und da muss ich in das blaue Licht reinschießen am besten. Ah, Penner. Oh, das war aber sehr ungeschickt. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich hab' ich hab' nichts mehr. Oh, scheiße. Und jag sie alle rein. Jag sie rein. Macht alle Türen. Oh, nicht dagegen schießt alle Türen. Tür und Tor steht auf. Scheiße, nix mehr da. Ah, hier kriegst du mich nicht. Da hab' ich ordentlich Zeit nachzuladen. Ich hab' gar nicht mehr viel. Scheiße. Munition ist abgezählt, oder was? Scheiße. So krieg ich den aber nicht. Ah, die Dinger muss ich abschießen. Fucking. Ich hab' nichts mehr. Den wird ja nicht jetzt bringen. Wo sind sie, wo sind sie? Ah, da ist mir lieber. Haben die denn mir auch noch genug Ammo hingelegt? Na, wo sind sie? Eieieieieieieiei! Ah! Besser Deckung bleiben. Wo müssen wir denn? Ah, die müssen die können doch nicht. Ich hier ohne. Boah. Scheiße, was? Der kriegt nicht da. Ich krieg die so runtergeschossen, die Dinger da nicht mehr. Nee. Da brauch ich schon, äh... Da brauch ich schon mehr die hierfür. Aber ich hab' keine Muni mehr dafür. Was machen wir denn da? Was mach' ich denn da? Oh. Scheiße. Scheiße. Wär dann ja eher so eine Sache, die ich nicht gewinnen kann. Wenn ich jetzt nicht mehr die... ...entsprechende Ammo dafür hab' Wo soll ich denn denn dann... ...dann beikommen? Mit Granaten? Mit Ringsticks? Lächerlich. Ich halt mal drauf. Oh, doch, es geht doch. Tatsächlich. Oh, scheiße. Es darf nicht vorbei. Drei Eistür. Komm mal mal von oben. Stimmt. Ah, der ist explodiert. Schön. Besser ist das. Da hinten kommt noch einer. Komm her. Hier bin ich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Shit. Geh' kack' auf. Jawoll. Immer nachladen, Junge. Komm schon. Haut der ab? Haut der ab? Boah, geil. Uh, hab ich den vom Himmel geholt? Oh, rette Sarah. War gar nicht ihr Endkampf. Ach so, die sind jetzt nur gekommen, um mir den Fahrstuhl zu bringen. Die hatten nicht ernsthaft vor mir irgendwie einen Schaden zu, zu fügen. Äh, hier geht's rein. Puh. Ach, so, da bin ich. Ach, puh. Ach, da geht's hier in die Katakomben. Allerdings würde ich sagen, liebe Freunde, die Rettung von Sarah, die heben wir uns auf für die nächste Folge. Und bis dahin alles Gute, einen schönen Tag und haut fett rein. Und das wäre immer so, wenn ich es nicht versorgen. Und da bin hole ich mir so. Und ich jao hart". Vielen Dank.